Hi, ich bin Rainer, bin Trainer und hatte bisher ein ganz klassisches Offline-Business. Und das lief so weit gut, ja, 1500 Euro Tagessatz im Durchschnitt, 10.000 bis 15.000 Euro Umsatz im Monat, irgendwie begeisterte Kunden und Teilnehmer, so weit, so gut. Und zum einen wollte ich, zum anderen war die Notwendigkeit da, zu digitalisieren. Und vielleicht kommt dir das nicht unbekannt vor. Und um die ganz lange Story kurz zu machen, ich habe Kartra im Einsatz und das System ist mega geil und empfehle ich jedem, der nur irgendwie in der Situation ist, dass er eigentlich nicht so viel Bock auf Technik und Technologie hat, dass er für den ein Hustle ist, dass er ein sogenannter DAO ist, ein dümmst anzunehmender User. Und dafür ist Kartra. Es funktioniert mega geil, es macht Spaß, das anzuwenden und es ist irgendwie so leichtfüßig. Und das Ganze für einen schmalen Taler. Ich sage dir, was drin ist. Für mich ist es, ich nutze es irgendwie für alles, ja, komplette Webpräsenz. Ich habe meine Website ist Kartra. Kein WordPress oder sonst irgendwas. Kartra. Landing Pages, Kartra. Opt-in-Formulare zum Anmelden für Newsletter zum Beispiel, Kartra. Newsletter-Versand wie auch Funnel-System, so ein typisches, klassisches im Online-Marketing-Trichtermodell, Kartra. Video-Hosting, Kartra. Membership-Kurse, Kartra. Shop-Bezahlsystem, Kartra. Und alles super simpel und super integriert. Ich weiß noch, wie ich mir das zum ersten Mal angeguckt habe und dachte so, und da haben die nämlich gesagt, so alles aus einer Hand, alles integriert. Und ich habe früher schon mal Software verkauft und ich kannte diese Sprüche, alles aus einer Hand. Und es ist geil, ja. Und all das für unter 100 Euro im Monat. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist, dass du auch vor hast, dein Business zu digitalisieren oder eine neue Webpräsenz oder erstmalig eine aufzustellen und du genau weißt, ja, du musst eigentlich diese Dinge tun, hast aber vielleicht nicht so viel Bock drauf und oder kennst dich mit der Technik und Technologie nicht so gut aus, dann probier Kartra aus. Es ist Hammer, Hammer einfach, all das für einen schmalen Thaler und selbsterklärend. Und wenn du über meinen Link gehst, habe ich auch noch was davon, helfe ich dir gern bei irgendwelchen Fragen oder kleinen Einrichtungsthemen. Ich habe es allein hingekriegt und das ist auch nicht schwer. Es ist echt idiotensicher. Give it a try, guck es dir an und wenn du irgendwelche Fragen hast, sprich mich an. Ich bin für dich da und stehe voll hinter dem System. Ich bin für dich da und stehe voll hinter dem System.